Musik Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Harald aus der Kulturhalle Stockheim und euren Germain Wunderbar, wir wollen euch heute wieder einige Veranstaltungen vorstellen, die in den nächsten Tagen live aus der Kulturhalle in Stockheim gestreamt werden. Unsere nächste Veranstaltung ist am kommenden Mittwoch. Genau, den 29.04. Dreiviertel November. Warum Dreiviertel November? Weil nur drei der vier November Mitglieder dabei sind. Nämlich der Oliver Bick, der Thomas Wimmer und natürlich die wunderbare Inka. Die nächste Veranstaltung ist am 30.04. und wer kommt da? Ja, da kommt zum ersten Mal das kleine neue Frankfurter Schulorchester. Mit Amsen Wild, Sabine Fischmann, Markus Neumeyer und Ali Neander. Und weißt du, wo Ali Neander spielt? Wenn er nicht bei dem Schulorchester spielt? Sag's mir. Bei den Rotgau Monotons. Unter anderem. So Germain, was bietet die Kulturhalle Stockheim noch alles an? Genau, am 6. Mai Lupe ins Land, die Ein-Mann-Big-Band mit Matthias Keller. Ja, und der Matthias Keller war ja schon mal hier gewesen mit seiner Band, aber diesmal kommt er solo. Das alles ist wie immer um 19 Uhr auf Facebook zu sehen, auf unserer Seite als Livestream und einen Tag später auf unserem YouTube-Channel. Wunderbar. Und wie immer mein Aufruf an euch, wenn ihr das Ganze gut findet, unterstützen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, auf unserem PayPal-Button, der wieder eingeblendet wird, direkt eine Spende abzugeben. Oder wenn ihr kein Konto bei PayPal habt, dann könnt ihr das Ganze auch auf unser kulturellem Konto überweisen. Die Konto-Nummer wird euch dann bei der jeweiligen Veranstaltung eingeblendet. Das war's für heute. Eine schöne Woche. Es gibt schönes Wetter, ein schönes Wochenende und vor allen Dingen... Bleibt gesund! Das war's für heute.